Sieht ihr mich? Sieht ihr mich? Okay. Visualisiert, oder nicht? Aber wie geht's dir, Andreas Stalin und X-Pan? So, wenn ich sagen, dass ein zweiterer kommt. Eine Runde, sagen wir mal... Wie gesagt, nicht lange. Ich war nicht mehr lange. Höchstens bis 4 Uhr, ne? Also, du hast doch keinen Bock mehr. Spaß. So, 20 Minuten. Eine Runde. Machen wir einmal als Killer und einmal als überlebende Rüse. Easy. Wenn es sich verbindet. Oh, so mit sich. Oder? Ich hör aber auch an dem Spiel, die sind grad dauerne, ne? Weil es so kostenlos ist. Aber geht, es geht. Das ist so gut. Das ist löblich. So, ein bisschen Horror. Ein Horror. Guck mal, ob es sich geändert hat bei mir. Outfits hab ich keine. So, ähm, was soll man machen? Oder schon als überlebende, oder schon als... Ölschatzkiller, was soll man machen? Was soll man machen? Mir ist eigentlich wurscht. Warum ist hier die Krankenschwester? Die Krankenschwester? Scheiße. Ist einfach so. Warte mal. Was soll man machen? Okay, hat's doch aktualisiert. Was soll man machen? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Okay, hat's auf jeden Fall geändert? Ja, hat's geändert. Nice. War ich zu lange offline hat. Das gilt das nicht als neu. Oder was? Weil ein paar Hauszweck sind komisch. Eigentlich soll das ja gehen, ne? Irgendwie ist es jetzt weg. Such mal. Schon geiles Gehm. Warte mal. Schon geiles Gehm. Warte mal. das ist nicht wundern nicht tun dann ach jetzt doch das wieder da hallo ok wird mir noch eine lobby heute wer das net er wäre ja mal ganz nett guck mal ob es geht doch geht hier würde ich rauskuchen gut ich bin wahrscheinlich schlecht immer ein spiel jetzt aber nur ganz spontan ein paar runden so so könnt ihr mal häkchen machen freitag der 13 habe ich noch gar nicht angeschaut nur nicht arg ist auch so ein online so wie hier schon ein bisschen stehen ja mit schießen und so klar und es ist er so ein stuch gehen der betrieb dieser rein online er hat seit mehr da hat sein start da hat sein Alles klar, Expanso. Willkommen zurück, Expanso. Warum bist du eigentlich heute mit deinem anderen Account da, wenn ich fragen darf? Also auch so ähnlich. Manche sagen, das ist so eine Nachmache. Ich kenn's nicht. Ich kenn's nicht. Oh, mein Haare. So, wenn ich ein Map... Bitte nenn das Krankenhaus, bitte nicht. Bitte nicht. Ach, okay, das geht. Na, ich spiele, wie meine Team jetzt drauf sind. Hallo. Oh, schon, umgewohnt. Umgewohnt. Nicht rennen. Komisch. Dass du nicht mehr im Chat schreiben kannst. Verpackt, ne? Nein, der Geist, der Geist. Weg, geh, weg, Geist. Ich bin befolgt da drin. Kapitalisten. Ey, was? Wie meinst du? Wo ist der? Okay, er hat ihn. Wurdest du irgendwie gebannt, oder? Wie meinst du? Oh, 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 oh. Kennt der? Nö. Ja, moin. Ja, moin. Ist ja schlecht. Ja, okay, schlecht, ne. Er hat nicht. Mir scheißegal, ja, wie grätscht. Oh, warte, ey. Also bist du jetzt wahrscheinlich eher mit dem anderen Account dann bei mir, oder? Wie meinst du? Mit Extenso. Boah. Puppen, ey. Ich hasse Puppen. Hör auf damit. Danke. Danke, mein Teammate. Schön. Schön gemacht. Ja, das läuft ja gerade nicht gut hier. Na, wie schnell mit dem man konnte. Jo. Ist ja weg, ich höre ihn immer noch. Er hat es an die Kloge gemacht. Ist ja weg. Okay. Puh, 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 puh. Das sieht man wirklich schlecht im Geist. Also muss schon sein. Das sieht man schon schlecht. Aber 10-Boot tut mir trotzdem. Okay, einen haben sie. Ähm. Nein. Nein. Ich will ihn jetzt noch reparieren. Oh. Also geistig mal nur in so einer Silhouette. Ah, da ist er. Ich bemerke den aber nie, ne? Ich bemerke den nie. Problem ist, der Killer ist halt immer schneller als ein selbst. Als als Überlebender, ne? Es ist guckt, wie schnell der ist. Ist immer so. Ja. Was haltet ihr von dem Game? Hahaha. Das ist ein Horrorfilm. Ist der Killer schnell da ist, oder was? Ich muss Buttonsmapping machen. Kommt, Leute. Kommt, bitte. Das ist anstrengend. Ja. Ja, hier ist es echt heftig, ne? Kommt sie? Ja, sie kommen. Äh, obwohl. Ne, sie kommen nicht. Sie kommen eben nicht. Aber kackt. Ja. Weg muss man nicht so schnell Buttonsmapping machen. Das geht. Ja. Das war eine schöne Runde. Ja, diese Spindern, die wachsen da draußen, dann können sie, sie sollen dich anklicken. Kann man nächstes Mal machen. Ging ja schnell, ne? Aber wie gesagt, zwei Runden. Jetzt noch als Killer. Moron. Wir können auch entscheiden, welchen ich spielen sollen. Welchen Killer. Nee, ist es wurscht. Die spiel ich nicht, die Scheiße. So. Entweder den Fallensteller, den Geist, Hintler-Weltner, Jägerin, Doktor, oder die Hexe. Liebling ist der Geist und Hexe. Was wollt ihr? Eklig. Ja, ich hab nichts gegen Spindern. nicht, nicht wirklich. Geist. Wenn jemand was sagt, spiel ich, im Geist. Ja, ist gut. Warum ist das nicht dura, und so? naja ich will keine spinnen im zimmer haben ne ich wie im geist aber so richtig angst oder so wie es nicht für den wirklich und von welchen ja ist freddy und michael meyer man kann auch als 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 ausspiel gut ist man aber die muss man alle kaufen guck die muss man kaufen acht euro acht euro fünf euro acht euro acht ne lange ich will das schwein haben und freddy sind wäschen die anderen herrwandte so keine die weisen diesen warum ist es eine frau eine folter der kinderinnen und seine frau das ist so als wir schlafen hat ist mir ein nebes ohr das ist eklig nur er hat es ist nicht auch wenn ich so was so was schon das schon keine da will ich damit spielen mit freddy oder so jetzt mal den kostenlosen drecksdinger muss ich leider nicht ne der geist ist gut ja er ist halt der was unsichtbar macht ich glaube hört man schon ziemlich arg aber trotzdem kommen die könnte ja gut umgeben schließen das ist der fallsteller in dem spiel genau warum hier der hier der fallsteller heißt er hat doch einfach stehen heißen nennen können schweiß nie was ich starbe aber soll vertoben auch wenn sie Grundfähigkeiten und Aktionen G1 am Armkeller unterschiedliche Stärken die sie in einer freinzienhaltigen Weise tödlich machen genau ja genau so wollte es aussagen nicht und 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 her und das ist eine map kenn ich die Hoch number one Schön, dass du da bist, mein Freund Haben wir schon mal gehört? Auf jeden Fall Danke fürs Einschalten Ja, ich bin krank Warum auch nicht, ne? Okay Irgendwas, bin ich das oder was? Echt dasselbe Game, oh Gott Das ist aber eine Nachmache Der D-Day, das gab's früher Äh, gab's ja, gab's früher So Sehen die mich? Was hat sie jetzt gelämmert? Man muss seine Waffe abputzen, dann kann man schütteln So Gucken wir jetzt schnell, mal schneller Ja, mal schnell Wollan? Da hinten Warum sind manche blau und manche rot? Check ich nicht Aber wahrscheinlich, weil manche haben da so Krills drauf, ne? Oh, das war mir grad laut, ne? Ist bei euch der Ton okay oder ist das zu laut? Nein! 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 Die kann jetzt schon mal nix mehr machen? Äh? Krank aber systematisch, sympathie? Wie meinst du? Sympathisch Bin ich sympathisch für dich? Das freut mich Systematisch Freut mich neulich Warum, warum hast du gedeckt, dass ich krank, äh, gedacht, dass ich krank bin? Schön, dass du überrücksabes, ne? Hab ich schon gesagt Wohin mit dir? Oh man, ich bin zu langsam, aber viel zu langsamer Ich bin schon dumm, ne? Ich bin schon dumm Ja, ne, ich hab' ich nicht Ich hab' ich nicht Ich hab' ich nicht Ich freut mich, Leute, dass ihr mich Das hab' ich nicht findet, sympathisch Gib mir auch Mühe, ne? Ich hab' ich nicht Ich hab' auch Mühe, ne zu sein So, wo ich denn hin? Aha, da ist Da ist sie Da ist sie, also Oh nein Jetzt fängt sie damit an Es riecht so auf Muss man halt machen Mach' ich auch Aber was sind Das Killer regtet schon auf Komm, noch mehr, noch mehr Komm, noch mehr Oh, ist knapp Hab' ich gedacht, gesagt Hm, sorry Sorry Na, wo hast du mich gefunden? Hast du mich unter, äh, das bei Daily gefunden? Das ist, das Ding, wie heißt, Verhältnis Oh, komm, 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 na Das war der nächste Haken, ne? Das war ja Oh, schlechte Position, meine Frise Ja Hm, kack, ne? Da hinten ist es Kann grad nicht mit Jen gucken, Leute, ich seh's gleich Meine lieben Zuschauer Komm, komm, komm Ja, komm Ich verfolge immer die gleiche, ne? Ja, ja Vom Reden und so Hm, freut mich wirklich, dass ihr das denkt Von meinem Gesicht Von meinem Gesicht Ich seh mein Gesicht selber, deswegen, ne? Okay, das haben sie schon Hm, hm Ihr wollt sich befreien, ne? Hm Ihr wollt sich befreien Wen haben sie noch nicht, äh Seht ihr? Oh Oh Tod Wir haben es ja noch nicht, oder? Wir haben es ja noch nicht Mhm Oh, der hinten, okay Hm, du sagst Okay, die verkranken die ganze Zeit am, am Generator, ne? Der hat sie mich einfach gesehen, warum? Okay, die hat gute Augen Die hat gute Augen Man sieht den Geist ja schon, ne? Aber halt nicht so, nicht so krass Hallo, wie geht's? Warum? Ey, komm Warum? Hello Sorry wegen Geschlechten Grafik Ähm, ich hab grad den Namen nicht, wenn sie so Mach Tambor und Dann, dann, dann Sorry, der Name ist zu lang Ich hab mein Internet ist schlecht, deswegen hab ich so schlechte Quali, sorry Dafür Ich hab beide getroffen Ich hab beide getroffen Ich denk grad Mai, bumm alle Guten Abend Superkiller Guten Abend zurück Du hast überlebt Bei mir Wie geht's dir? Und wie war dein Tag? Genau Hoch number one dollar Wie war dein Tag? Freut mich Freut mich, dass du einschaltest übrigens Mai, bumm alle Wenn man so ausspricht, hoffentlich Ja, grad als Geist unterwegs, ne? Ich hab gefragt, wie war dein Tag? Nein, nein Oh, alter Glück, ne? Nein, komm Nein, ich hab nur gesagt, wie war dein Tag? Der Name ist halt ein bisschen kompliziert, ne? Ende war gut Freut mich, freut mich Alles cool Gut Ja, meine Qualität, ne? Ist leider so Oh Krieg mal das hin Krieg mal hin, ey Guck mal hin Krieg mal auch hin Krieg mal auch hin Okay, der ist jetzt eh tot Ey, Killer ist so einfach, ne? Ist so einfach Eigentlich Irgendwas kann Wenn man ist krumm Easy Arsch, wir werden, oh Gerne, gerne Ich finde es als Killer auch einfach, muss ich euch sagen Als Lüchten, da musst du wirklich viel mehr aufpassen Komm, machen wir nochmal als Killer, ne? Bock? Bock, ähm? Mal gucken, Ritter des Fleisches und des Schlamms Und Schläge Okay Ja, mit Hexe Und du hast keine Schwester, die Krankenschwester, die Krankenschwester, war Hexe So mal Hexe spielen, okay Können wir mal machen Ist auch gut, ist auch gut Find ich jetzt mal Hat die so Anzüge gar nicht, oder? Wow Ja, glaub ich leucht in den Augen, natürlich Dann sehen wir mal, wie man als Katze, äh, Katze, genau Als Hexe klarkommen, ne? Bühmar gespannt Spannend Ich schaue Gott nur auf die... Fürs wird deswegen einen Daumen hoch Hau, die sehen gar nicht, ne, wer ich bin, heh Die sehen das nicht Schon leer Na dann Auch gut Ja, Katzen, ne, es ist schrecklich Wie tödlich die sind Es ist noch tödlich als so eine Hexe hier Hehehe Naja, die Flasche ist leer Oh, man Leute, könnt ihr mal alle bitte akzeptieren, Herr Bock Na, gut, ne, soll ich das verbessern? Ich weiß nicht, also Na, lass ich mal lieber Ist ja nicht mein Main jetzt Oh, man, kann mir jemand 8 Euro geben, bitte Hehehe, Spaß Ne, 16 Euro Die beiden, die anderen, na Jürgen mich nicht so richtig Ne, war Spaß Keiner muss mir hier Geld geben Keiner Moment ist gut auf Stummschalten, fällt mir ein Er hat das Gott, äh, Benachrichtigung an So, jetzt Jüssi Oh, ich habe lange noch mal sexy gespielt, aber ich glaub, die war ganz gut Ja Schütz ich mal La Lol Boop, 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 boop Boop, 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 boop Oh, man, oh man So was ich doch nicht, Mann Äh, ob ich da was in der Nase hab Choke, ne Aha, ich denk grad Würde dich fühlen Oh, die Map, äh Lange nicht mehr gezockt, ehrlich gesagt Mal schauen Ha, 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 ha So, hier, genau Da kommt sie eh vorbei Also, sollten sie vorbeikommen, ne Ah, ja Seh mich halt wieder alle, ne Und wie das Spiel lag, ne Es ist manchmal echt schwierig Oh Da Ah Mann Komm Komm Gib mir mal ein Pond Danke für dein Follow Expansio Deinem zweiten Account, Andreas Starni Danke, danke, ey Du bist jetzt zum zweiten Mal ein Roll Ähm Was, nein Bitts ungewohnt, ne Nicht mal als Geist zu spielen, würden wir unsichtbar machen Hoch Number One Dollar Hoffentlich spricht man dich so aus Vielen Dank für dein Follow Du bist jetzt auch ein LOL Danke Vielen Dank Ja, meine Follows heißen LOLs LOL Läuft Was sind denn die? GG Genau So Okay, sie haben einen fertig Dann sind sie da hinten, wenn wir so Ich laufe auch einfach durch in der Linie Oh Leute Was macht denn die mit mir? Scheucht mich hier rum Denk mir so 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 Hier oder was? Irgendwo Ja Komm Oh mir Oh die Echse langsam Ist ja viel langsamer als der Geist Oder? Ich hab das Gefühl Guck mal Guck mal Obwohl Ne, ne, ne Das hab ich mir nur eingewildert Das ist genau gleich Ach komm Ich hab mich nicht gesehen Oh Die Arme Die Arme, ey Na ja Ich muss halt mitnehmen Aber befreit dich mal kommen Das bringt dir eh nix und Da oben schmeißen wir Da hinten Die Filme Freddy, wie es äh Ross Jackson ist auch gut Oh Wieder ein guter Film, ne Kriegt dann einen guten Film Auch sehr interessant Wie euch sagen Ich will ja gar nicht mehr so viel campen, ne Ich versuche nicht zu campen Ich versuche halt Ein bisschen aufzupassen Aber nicht, nicht so zu campen, ne Seht ihr ja Dass so etwas fair ist und so, ja Total unfair und so Ich red mich ja selbst über Camper und COD auch Also was doch Na wartet, ne Ich kann mir hier doch Gefalle aufstellen Und dann kommt da Mit einer anderen Seite vielleicht jemand, ja Immer schwierig dann nicht dabei zu sein, ne Deswegen Da hinten sind sie Dahinten sind sie alle Ich kann mir hier nicht in seine eigene Falle dapen, ne Ist ja beim Fallensteller so Seine eigene Falle dapen bedeutet, ja Wird getroffen Wow Geil, oder? Die stirbt jetzt Komm her Gehen Bremen? Ne Ah, die schweck Wo? 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 Da oben? Okay Direkt da oben? Aha Interessant Komm her Komm her Ja Nein Nein Da ist schon der Da ist schon der Da ist schon der hoch Komm Toca Rutsch Sehe ich nochmal Aber passt Achja Wie meinst du? Äh Was ist nochmal nicht passiert? Viele Dinge die mich ankürzen Spass Als immer, ne Hier Hier Ja also So ne Sache Game schon geil, aber hat auch Seine Macken, ja Jedes Game hat seine Macken Wieso Also Ah, ja Naja Das ist Schaden Das ist Schaden Gesagt, ne Du bist halt dann langsamer Sie hält die Falle, äh, Falle einfach fest Ha, ha Und das ist schon dumm, ne Also Schon mies Aber naja Es ist der erste Killer dem rauswählen kann Muss ich unbedingt die schlechte dann sein, aber Ist auch nicht der beste Ich seh ich noch Noch Reißen wir das noch Hm Vielleicht Vielleicht Na Oh, ist das dumm Hä, oh lol Ich denk grad Ich denk grad Ich hab's ja noch irgendwie drüber gepritscht Irgendwie ja schon, ne Ob er ist ja Ich hab da wohl Och nein Die hab ja schon Ausgang Oh Er hat verkackt, ne Ja Ich häng ihn jetzt hin Dann geh ich zum Ausgang Jetzt hängen wir einfach mal hin Und dann, ähm Geh mal einfach mal weiter Mit dem Ausgang Wo sind die Ausgänge da hinten da So weit weg, alle Ja, das hab ich nochmal Obwohl ich weiß ja nicht wo die sind Sie wurde befreit Wunderbar Auch Ausgang Käpt'n Das Problem es gibt zwei Ausgänge Und Seid ihr So Sieht man auch kaum, ne Das ist schon Wie ist die Falle Hm Habe ich jetzt hier gemacht, aber nicht Jetzt Ist mir einmal noch nicht Komisch Ich bin wies Ja Da war man auch gut, ne Wir waren gut dabei Ich geh jetzt mal nach da hinten, da sind wir fallen Guck mal, ob sie da sind Ja Ja Oh War zu langsam Schau Lol Lol, nein Ich hab den doch gar nicht gesehen Wo kam der denn her Hä Hä Also ich Muss ganz Warten Obst Ganz vergessen So Nochmal eine Einmal Warte Gute Nacht Wünsche dir Expansion Schlaf gut Danke, dass du dabei warst Letzte Runde für heute, Leute Ich bin schon mies Einfach drei Fallen dahin Ja Kann man ja mal machen Und gehen wir mal zum anderen Ausgang, aber die Maps sind ganz schön groß, ne Alter, aber dann immer schlecht, boah Aber ich will es endlich Ich hab schon noch Bock, ne Aber Ne, ne Ist zu lang will ich meine Zuschauer nicht überlaschen damit haben Ne, also Nachts nicht so lange Ja Totaler Killer Wenn ihr meint Wenn ihr meint Okay Gut, gut Gut, gut Spür den Fünf Sterne Ah ne, wohl die jetzt was an Wolldenk jetzt So Was haben wir ja heute Vier Stunden nachts Ist schon ordentlich Das ist gut Sind wir fertig für heute So 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 Also Jetzt aber wirklich mal Jetzt sag ich nichts mehr Jetzt sag ich nichts Jetzt sag ich nichts Jetzt sag ich nichts mehr So 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 Also Spaß gemacht hat mich freut Hat freut mich, dass dir Spaß gemacht hat Hat mich freut, dass dir Spaß gemacht hat Hat mir auch sehr Spaß gemacht ne Hab gedacht so ja Es ist sehr kurzfristig So wird das überhaupt was Hat noch geklappt ne Hat doch geklappt Danke Markus Aber er ist nicht da Er ist nicht da Schade So Ähm ich haust einfach mal jemand Der Overboard spielt Ihr müsst ja nicht dran bleiben ne Aber irgendjemand haust sich halt immer Dass irgendwas läuft auf meinem Kanal Also ihr Leute Ich hab kurz ein Dann bedanke ich mich Dass alle dabei wart Auch an die schönen Zuschauer Oder die gerade dazu gekommen sind Es ist jetzt vorbei heute Heute ist Schluss Schluss für heute Und letztes Mal Ein weiteres Mal würde mich freuen Und ja Ich wünsche euch eine sehr gute Nacht Bis dann und ciao Wie Markus es sagen würde Wünsche dir auch eine gute Nacht Manu Bis zum nächsten Mal genau Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal